der ist jetzt durchgelaufen zwei leute visa einer steht schon vor der tür nicht mehr junge der hat aber nichts mehr viel der brauchen ein oder zwei jetzt hier ist gut drauf ja du bist bestimmt nach dem panzer von dann habe ich verletzt ich habe schon wieder jemanden verletzt ich habe keine money mehr noch mal die die tür bitte zur kürchen wieder auf treppenhause ist völlig safe von hinten ja der ist rechts beim auto alle noch da draußen trappenhaus lobby ich habe keine hitbox da draußen ist gemeldet hier oh was ist die drin und da der läuft hier drin und da läuft jetzt hinten rum kommt bei dir an die oh läuft 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 mit der schrotze geht doch ja lassen sich da die zweiten holen da ist noch eine esch wo ich glaube dass es esch war auf der treppe aber der ist noch nicht hier oben ja doch von hinten kommt auch ja 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 ich habe einen ich auch checke gewollbanked mit der die 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 na scheiße das kommt dann da wo du eben auch erschossen hast das termite von außen da steht auch eine claymore rechts an die das war nicht nur 1 auf 4 remaining I can handle this You have entered an enemy controlled area Leave now, you'll be spotted Oops Yeah See ya